Ja moin zusammen, super, dass ihr auf Mittwoch wieder dabei seid und es ist passiert, wir haben ein neues Präsidium und Roland Wirkus ist auf der Suche nach dem richtigen Drecksack a la Granit Xhaka für Borussia Mönchengladbach und wenn ihr auch einen Drecksack für Borussia Mönchengladbach wollt, lasst gerne heute kostenlos einen Daumen da und gebt mal eure Transferempfehlung in die Kommentare rein, welchen Spieler seht ihr bei Borussia Mönchengladbach, der vielleicht auch realistisch ist und dann liest sich das vielleicht einer auch durch und eine eurer Transferempfehlungen wird vielleicht wahr, ja, aber gehen wir erstmal rein und starten mit der News des Tages bzw. der News von gestern, Buschi kritisiert einmal und schon ist ein neues Präsidium da, nein, Spaß beiseite, wir schaffen erstmal Fakten, bevor ich meine Meinung dazu abgebe, was ist passiert, Königs und Hans Mayer sind zurückgetreten bzw. geben ihr Abend auf, an der Stelle erstmal, ja, Danke für eine ganz, ganz lange Zeit, ewig im Verein gewesen, ich glaube, das gehört sich an der Stelle, immer mit Rat und Tat beiseite, zu Seite gestanden dem Verein, fußballerisch, Mayer als Trainer, da gilt der Dank an der Stelle und ich glaube, jetzt ist auch der Zeitpunkt dann gekommen, einfach auch den Umbruch dann einzuleiten. Wie der Umbruch gestaltet wird, sehen wir jetzt, Bonhoff ist neuer Präsident, wir haben eine Frau im Präsidium, Vizepräsidentin Hannelore Kraft und Stefan Stegemann, Hannelore Kraft, werden die meisten kennen, ehemalige Ministerpräsidentin von NRW, Stefan Stegemann, Vorstandsvorsitzender oder ähnliches bei Sonepaar, auch unter anderem Sponsor von Borussia Mönchengladbach und Roger Brandts, Inhaber und Geschäftsführer von Finch, hätten, ist ne Modemarke, sagt mir jetzt ehrlicherweise nix, muss ich sagen, aber vielleicht kann mich da einer in den Kommentaren aufklären, das ist das neue, neue Präsidium von Borussia Mönchengladbach, wo jetzt, ja, Rainer Bonhoff den Ton angibt und kommentiert wurde das damit, ich lese den Satz vor, aber gleichzeitig freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen Präsidium, in dem Borussia, Vergangenheit, politisches Netzwerk, wirtschaftliche Kompetenz, Unternehmergeist, lokale und regionale Verwurzelungen und Lebenserfahrungen zusammenkommen, das ist das Statement in dem Satz, fehlt mir halt eine entscheidende Komponente, ich werde hier nicht wieder kritisieren, das sind alles neue Leute, also das ist Quatsch, es sind nicht neue Leute, teilweise neue Leute und jeder Mensch hat eine Chance verdient, trotzdem in dem Satz fehlt mir einfach der Begriff sportliche Kompetenz, wir haben unternehmerische Kompetenz, wir haben politische Kompetenz, ja, aber wir haben einfach keine sportliche Kompetenz und wir sind nun mal im Fußball mehr dazu geholt, Rainer Bonhoff, unbestritten, aber wir haben keine sportliche Kompetenz dazu geholt und eher sportliche Kompetenz verloren mit Meier und Königs, ja, das kann jeder bewerten, wie er will, im Endeffekt, wir haben jetzt ein neues Präsidium, einen Umbruch möchte ich noch nicht nennen, aber ich wünsche allen Beteiligten ganz, ganz viel Glück, weil eines ist allen klar, so im Liebsten, wisst ihr, was mir am liebsten wäre, wenn ich mir in einem Jahr die Folge von letzter Woche oder die Folgen von letzter Woche angucke und sage mir, Buschi, Alter, wie konntest du Roland Wirkus, Nils Schmadtke, das Präsidium so dermaßen anzählen, da hast du dir ein schönes Eigentor geschossen und ich wünschte mir, dass ich mir in ein bis zwei Jahren die Videos angucke und mir wirklich das sage und dann ein Entschuldigungsvideo drehe. Das ist doch mein ganz großer Wunsch, im Endeffekt will ich den maximalen Erfolg, wie wahrscheinlich auch die vier hier auf dem Bild, für Borussia, ich will zwei Siege in Folge, ich möchte den einstelligen Tabellenplatz und ich gebe denen jetzt die Chance, ich will nicht kritisieren, ich wünsche denen viel Erfolg, dass das zusammen mit Roland Wirkus, Arez und Schippers, die dann die Operative leiten, klappt. Ob ich es anders gemacht hätte, steht auf einem anderen Blatt, ob ich mir was anderes gewünscht hätte, steht auch auf einem anderen Blatt, ihr kennt dazu meine Meinung, aber trotzdem, jeder hat eine Chance verdient, auch die vier und ich hoffe, dass sie es schaffen, ich hoffe, dass sie es schaffen und ich in einem Jahr hier sitze und sage, boah, Buschi, hast du eine Scheiße erzählt. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen und ich würde sagen, genug dazu, wir machen vielleicht nachher noch einen Live-Talk dazu, gehen wir rein in die Transferphase und Rollo ist wieder am Kochen, ich habe ihn Rollo ja auch lieb. Sage ich so, wie es ist, ich habe ihn ja auch lieb. So viel kritisiert von mir und ich wünsche mir einfach, dass er es hinbekommt. Wenn er es hinbekommt, ist er gut für unsere Borussia, wenn wir es schaffen, ein ambitioniertes Umfeld wieder bei Borussia zu kreieren, wo die Spieler auch wirklich unter Druck stehen, wo sie Leistung bringen müssen. Ja, und wenn Wirkus und Schmadtke das hinbekommen, dann soll es so sein. So, ich stehe dem nicht im Wege, ich habe sie kritisiert, ich stehe da auch absolut zu. Ich glaube trotzdem, dass wir mehr sportliche Kompetenz benötigen würden, aber ich lasse die Jungs jetzt machen und Roland Wirkus plant den Kader und er verrät, was Gladbach fehlt, was uns eigentlich auch schon allen klar ist. Leadership, wir brauchen einen Drecksack. Ich glaube, so war so ein bisschen die Übersetzung. Da ist natürlich gefragt, was ist mit Leadership im Endeffekt gemeint. Wir haben jetzt Sander dazugeholt, Kapitän von Holstein Kiel, 26 Jahre alt, Zweitliga-Erfahrung bei einem ambitionierten Zweitliga-Club. In Hark haben wir gute Erfahrungen gemacht, aber ja, das kann ja nicht die finale Lösung sein. Da gehe ich mal von aus. Wie gesagt, mit Sicherheit auch für die Breite sehr, sehr wichtig. Wir merken aktuell einfach, dass unser Kader auch in der Breite qualitativ nicht gut genug aufgestellt ist. Ja, und ein Sander kann da mit Sicherheit auch helfen, von der Bank oder auch mal von Anfang an wirklich mehr Qualität zu liefern. Ja, Drecksack-Mentalität befällt jetzt auch keiner ein. So, der Inbegriff davon ist sowohl in der Bundesliga Robert Andrich. So, aber du wirst weder einen Robert Andrich noch einen Granit Xhaka verpflichten können. Und da sehe ich halt wirklich gerade die Herausforderung, die Spieler musst du erstmal finden, die diese Mentalität mitbringen. Das ist mit Sicherheit nicht einfach. Und dann musst du sie auch noch überzeugen von Gladbach und noch verpflichten. Und sportlich und finanziell gesehen sind wir anscheinend limitiert aufgestellt. Das muss man schon so sagen. Und ich will einfach nicht, dass das Wort Umbruch immer als Argument vorgeschoben wird. So, wir machen Umbruch, weil im Endeffekt, sind wir ehrlich, es ist immer ein Umbruch. Auch nächstes Jahr wird wieder ein Umbruch sein, da werden wieder Spieler gehen. Klar, jetzt ist es vielleicht extrem nochmal in diesem Sommer, aber Umbruch ist eigentlich das ganze Jahr. Es ist immer Bewegung im Kader. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie man das löst und auch auf eure Empfehlungen gespannt. Wie gesagt, Philipp Sander wird der erste Transfer sein. Ja, und dann gucken wir mal. Auf jeden Fall, wer der zweite Transfer sein könnte, ist Würber. Da hat jetzt Sky berichtet, dass Würber gerne bleiben würde. Gladbach unheimlich gerne mit Würber weiter planen würde. Als Ablöse stehen da 10 bis 12 Millionen im Raum, was natürlich ein Brocken ist für Würber. Aber, und Innenverteidigung ist, wir brauchen uns nichts vormachen so. Innenverteidigung wird eine Baustelle werden. Und ein Würber wird uns mit Sicherheit guttun. Er ist selten verletzt. Einen Linksfuß auf der Innenverteidigerposition. Und unsere Schwachstelle ist klar. So, das müssen wir auch einfach benennen. Die Außenverteidigerposition ist einfach nicht gut genug besetzt. So, das muss man einfach so sagen. Und da muss nachgelegt werden. Und wahrscheinlich auch in der Innenverteidigung, wenn du 10 bis 12 Millionen für Würber bezahlen musst, ist das natürlich schon eine krasse, krasse Summe. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das zahlen würdet. Grundsätzlich würde ich aber einen Würbertransfer befürworten. Weil er auch diese Drecksackmentalität, glaube ich, mitbringen kann. Ja, wäre ein sehr, sehr Spaß. Spannender Transfer. Und Wirkus hält zu Seohane. Und da hoffe ich wirklich, dass das, also nach dem Heidenheim-Spiel in der PK, habe ich wirklich einen Trainer gesehen, Seohane, der wirklich gebrochen war. Also das sah nicht gut aus. Und ich hoffe einfach, Wirkus sagt, diese Zeit geben wir dem Trainer. Ich hoffe einfach, dass das Tischtuch da nicht schon wieder so zerschnitten ist, wie zwischen Farke und Wirkus am Ende der Saison. Ich hoffe, dass das wirklich eine Einheit ist. Wirkus und Seohane, das wirkt jetzt auf mich nach außen nicht immer so. Aber ich kann es auch ehrlicherweise nicht beurteilen, ob das wirklich eine Einheit ist. Ich wünsche es mir, weil sonst, wenn die zwei nicht mehr miteinander reden, dann wird es natürlich schwierig. Und ja, dann werden wir den Umbruch im Sommer wieder mitmachen. Und dann hoffen wir mal, dass es wieder nach vorne geht. Das Einzige, was ich eigentlich will, sind zwei Bundesliga-Siege in Folge mal und ein einstelliger Tabellenplatz für Borussia. Also das muss auch das Ziel sein. Es kann nicht sein, dass ein Verein wie Heidenheim bei allem Respekt vor uns steht. Da nehme ich auch, ja, Werder Bremen, da musst du eigentlich auch davorstehen. Vielleicht auch eine Augsburg dazu. So. Und du musst einfach als Borussia einstelligen Tabellenplatz belegen. Das ist ab Platz neun. Und in einer richtig, richtig guten Outstanding-Saison ist dann auch mal das internationale Geschäft drin. Und wenn jetzt schon die Gladbach-Urgesteine sagen, sie wollen mehr Spielzeit, dann ist das aber auch schon eine gefährliche Situation, finde ich, für den Trainer. Weil wenn du die Urgesteine verlierst, Janschke, Herrmann und Kramer, und die quasi gegen den Trainer sind oder es nicht verstehen, dass sie nicht spielen können, ich kann es nicht beurteilen. Der Trainer muss es beurteilen, ob die noch die Qualität, also beziehungsweise noch die Qualität haben, ohne in der Startelf zu stehen. Das vermag ich mir nicht, ja, das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber wenn du natürlich einen Janschke, Herrmann und Kramer im Kader hast und die gegen den Trainer Stimmung machen, dann kriegst du ein Problem. Grundsätzlich würde ich es natürlich befürworten, einen Janschke, Herrmann und Kramer, wenn die Leistung passt, mal wieder auf den Platz zu sehen. Da spricht ja nichts dagegen. Und wo auch nichts dagegen spricht, ist ein Comeback vom Omlin. Es wird jetzt wohl ein Freundschaftsspiel geben. Da wird er wieder zwischen den Pfosten stehen. Und ja, und dann bin ich mal gespannt, wer gegen Freiburg dann im Tor steht. Omlin oder Nikolas? Schreibt es mal in die Kommentare. Und da sind sie wieder. Unsere Sturmhoffnungen sind zurück. Plea und Schwancherer sind wieder im Training. Schwancherer mit langen Haaren. Plea sieht auch wieder voll im Saft aus. Ja, und vielleicht schaffen wir es ja mal, noch in dieser Saison zwei Siege in Folge zu landen. Zu Hause gegen Freiburg, auswärts in Wolfsburg, mit einem neuen Trainer. Wird schwierig, aber nicht unmöglich. Wir glauben dran, und die letzten Spieltage wurden terminiert. Wir spielen sonntags zu Hause gegen Union Berlin, dann samstags 15.30 Uhr, gegen Werder Bremen, samstags 15.30 Uhr, gegen Eintracht Frankfurt, und nochmal samstags 15.30 Uhr in Stuttgart. Und das soll es für heute gewesen sein. Ich bin gespannt auf eure Einschätzungen und vielleicht sehen wir uns später noch im Live-Talk. Macht's gut. Ciao. Wir sind Borussia, die Rate ist, was hier zählt. Das Katschek voller Leidenschaft für den besten Verein der Welt. Wo ich schieße Borussia, die Rate ist, was hier zählt. Alle Gleichkeiten über den besten Verein der Welt. Wow. Das Katschek voller Leidenschaft 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 Das Katschek voller Leidenschaft